Schütt mal eure Nuggets. Chicken McNuggets. Bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt fährst du vorbei. Alles klar. Alles klar. Was soll das? Ich kann nicht mehr. Also ich glaube, was ist denn mit der? Warte mal, aber hier gibt es bestimmt irgendwo noch eine Save-Station, oder? Nein, leider nicht. Don't let them in. Don't let them peace in. Do you see this small vent on the floor? Among Us. Ah, Five Nights at Freddy's Security Breach. Eine pure Hassliebe. Nachdem wir das letzte Mal Sun und Moon komplett gedribbelt haben, dann von Chica durch eine viel zu lange Sektion die ganze Zeit verfolgt wurden und ich aus irgendeinem Grund diese Sektion auch noch First Try geschafft habe, müssen wir nun Freddy helfen, denn er hat ein kleines Problem. Ach ja, und Vanny hat uns auch noch ein paar Mal versucht aufzuhalten, aber naja, ihr wisst schon. Wenn euch diese Folge gefällt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Es würde mich sehr, sehr freuen und sehr krass unterstützen. Und jetzt viel Spaß bei diesem Video. Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück bei Security Breach. Wir haben das letzte Mal hier aufgehört, nachdem wir uns mit Sun und Moon rumgeschlagen haben und Chica vor allem, Chica. Gefühlt schlagen wir uns hier in jeder Folge mit Chica rum. Aber naja, und was ist unsere Mission eigentlich? Ich bin jetzt einfach zu, äh, Justus Stack of Box. Ah, diese Sektion. Okay. Ich glaube, dafür müssen wir hier rein, ne? In A Roxy Raceway. Hi, hi, Bro. Da muss ich drüber. Wie? Däger. Hör mal auf zu lecken, bitte, Spiel. Alter Schwede. Bro, geht's? Hallo? Dieses Spiel macht mich fertig, Alter. Was ist denn mit den... Also wirklich, es ist so kacke optimiert irgendwie. Ich hab... Also, nee. Hi, Freddy. Ja, offensichtlich, Gregory. Offensichtlich ist er okay. Ja, das ist auch ganz klarer Fall von selber schuld, Freddy. Ganz ehrlich. Use that door behind me. Okay, I'll do my best. Ich werde absolut verkacken. Ich werde absolut verkacken. Leute, ich werde absolut verkacken. Und das, äh, das sag ich jetzt schon, Leute. Das sag ich jetzt. Ich call's jetzt. Ich werde absolut verkacken und werde komplett, äh, sterben. Also, warte mal. Stimmt, wir haben ja jetzt hier Roxy, ne? Das war ja die Sektion. Alter, was ist denn mit dem Spiel los? Jetzt beruhigt euch doch mal. Schütt mal eure Nuggets. Chick-McNuggets. Wo ist Roxy? Ich weiß, ich kann mich erinnern, dass ich einfach durchgerannt bin, dass dort aktiviert habe dieses Ding und dann mich einfach in dem Locker versteckt habe. Das weiß ich noch. So war das. Ups. Ups, was soll das denn jetzt? Excuse me? Ich hoffe, ich hab das... Ach, ich hoffe, ich hab das aktiviert. Oh, Kameras? Hab ich Kameras? Leute? Ja, hab ich. Well... Warum kann ich die da nicht... Alter. Hallo? Ich verstecke mich. Excuse me? Was war denn das? Was war denn Roxy's Mission? Ach, da bin ich. Okay, Roxy geht jetzt nach da hinten. Hey, Bro. Ich renne jetzt einfach hinter. Hi, Bro. Du kommst aber nicht hier in die Ecke, oder? Hallo? Alter. Geht's dir gut oder was? Ja. Ich glaub, hier muss man tatsächlich diese Versteckdinger benutzen. Wo ist denn der? Dort. Hier ist er an mir vorbeigefahren. Heißt, ich kann jetzt hier weiter. Perfekt. Jetzt machen wir waitie, waitie. Und jetzt stecken wir uns hier. Du fährst an mir vorbei. Dann kann ich hier weiter. Okay, wait. Lass mich in Ruhe. Warte, jetzt kommt, glaub ich, der andere hier. Bitte komm hier nicht rein, Roxy. Bitte nicht. Bitte nicht. Oh mein Gott. Wo ist die? Ich glaub, ich bin da drin, oder? Warte, let me guck. Wo ist die? Da hinten geht's rein. Ich bin hier in diesem Raum. Alter. Geht's noch? Geht das dir noch gut, ey? So, warte mal. Jetzt verstecken wir uns hier. Jetzt fährst du vorbei. Ach du. Shit. Was? Was war das? Was? Excuse me. What the shit, Alter? Alles klar. Alles klar. Oh mein Gott. Was soll das? Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Äh, hast du nicht gesehen, Roxy? Hast du, hast du nicht, ne? So, ne, fiese, Alter, ey. Du kommst durch diesen Part, glaub ich, nicht durch, ohne das hier zu machen. Also, ich glaub, was ist denn mit der? Ah, hallo? Hallo? Warum sieht sie mich hier? Was? 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 Wieso siehst du mich? Nicht für Elchip, Alter. Generell, diese mediocre Melodies, dass sie die so oft irgendwie benutzen für irgendwas? Ich weiß ja nicht, aber irgendwie sind die die unspekt... Spektal... 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 What? Ach, du... Roxy? Nein. 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 Guter Wolf. Guter Wolf. Ich seh die halt nicht. Wo bin ich? Wo bin ich? Und wo ist sie? Da bin ich. Rein theoretisch sollte sie jetzt in diese Richtung laufen, oder? Ne, sie sollte hier in die andere Richtung laufen, weg. Dieser Typ hier, der dreht halt dort um. Heißt, wenn der jetzt hier... Warte mal, ich check grad gar nichts mehr. Also der Typ muss jetzt an mir vorbeifahren, denn ich muss hier in diese Richtung, und hier hinten durch diese Tür. Oh. Ja, 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 ja. Let me do this. Please, please, please. Oh, fucking shit, Alter. Fucking hell. Bro. Okay. Eigentlich ist diese Sequenz gar nicht so schlimm, oder gar nicht so schwer, aber excuse me, sorry. Also, das ist ja wirklich... Oh. Okay, 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 okay. Also, ich glaube, hier ist der Backstage-Pass. Okay. Jetzt müssen wir die Lift-Controls finden, und ich habe irgendwie in Erinnerung, dass hier eine Animatronic war. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich es hier so im Gefühl. Aber ich glaube, ich glaube, da irre ich mich einfach gerade. Ich glaube, da bin ich gerade einfach auf dem Holzweg. So, Leute. Ich glaube, hier haben wir jetzt Vanessa unterwegs, oder? Kann es sein? Ne, ich glaube nicht. Auf jeden Fall sind hier die Stage-Controls. Ähm, und da müssen wir ja scheinbar hin jetzt, ne? Ja. Oh, wait. Es ist das hier. Ich kann mich noch erinnern. Das war übel fun, die Sektion hier. Also, ich glaube es. Ich glaube, dass es fun war. Warum recharge ich eigentlich immer meinen Flashlight? Warte mal, aber hier gibt es bestimmt irgendwo noch eine Save-Station, oder? Nein, leider nicht. Also, bevor ich jetzt hier anfange, will ich vielleicht auch noch saven. Weil ich will nicht immer wieder unten bei dem Scheiß da sein. Naja, okay. Wir können scheinbar nicht saven. Vielleicht savent das Spiel auch automatisch. Ich weiß es nicht. Ob das Spiel hier so advanced ist. Oh, wait. Performance Disc. Warum wisst ihr eigentlich alle nicht, wie man eine Scheiß-Kamera benutzt? Hallo? Wer? Woher willst du wissen, dass er aufgestanden ist? Don't let them in. Don't let them in. Do you see this small vent on the floor? Among Us. If you see me rolling. Open the door. Ah, moin. Du bist voll gruselig und so. Ja, hm. Ich verstehe schon. Wo bist du? Ah, ja. Gregory, äh... Roxy macht hier Stress. Monty, wo bist du? Bro! Ich will nicht hinter den... Ja, ich sehe dich, Freddy. Do you see this small vent on the floor? Have you ever heard of Among Us, Gregory? You need to vent. Wo? Da. Press? Oh, hier klopft jemand. Aber ich bin derjenige, der klopft. I am the one who knocks. Du gehst weg. Can you see this small vent on the floor? Freddy, you saved me. Hi. Okay. Alter. Der hat es hier richtig demoliert, ey. Alter. Boah. Der hat es richtig zersmashed hier, Bro. Chill mal. Ja, hallo. Soll ich dir folgen zum Atrium jetzt? Oder willst du mir folgen eher? Ja, okay. Dann mach was halt so. Warte. Aber ich muss noch save'n kurz, Freddy. Warte. Warte, hab ich gesagt. Ach, jetzt können wir auf einmal rennen, oder was? Hier geht's doch auch nicht mehr gut, ey. Ey, das Spiel ist so kacke, so kacke optimiert, ne? Es ist so weird, es ist so wild, Bro. Digga, warum ist dieser Gang so unnötig lang? Ich meine, ihr könnt mich doch einfach ans andere Ende des Pizzaplexes teleportieren. So, ihr müsst ja nicht diesen ganzen Weg hier tatsächlich mit Hallways machen. Aber naja. Ich meine, mich ans andere Ende des Pizzaplexes zu teleportieren, habt ihr auch in Ruhen gemacht, ja? Braucht ihr euch jetzt nicht zurückhalten. Unbedingt. Äh. Okay. Warte mal, was? Leute, seht ihr das da drüben? Leute, seht ihr das da drüben? Also, seht ihr das nur ich gerade? Oder ist dort drüben Monty auf diesem Ding da oben drauf? Excuse me? Warum ist er da? Okay. Ja, Freddy. Ich probiere mein Bestes. Kann ich hier durchgehen? Natürlich nicht. Warum auch? Schön durch die Mitte, ja? Ach, der Pride-Man wird auch im Pizzaplex unterstützt. Guckt euch das an, Leute. Okay. Also, Monty schaut definitiv ganz interessiert in meine Richtung. Warum ist der da oben? Was ist das? Give up. Irgendwie ist das süß, wie der da oben ist. Warum ist der da? Was macht der da oben? Ist das ein Fehler vom Spiel? Oder soll das so sein? Ich meine, er sieht mich offensichtlich. Ich meine, er sieht mich offensichtlich, aber... Geht's denn, na? Jetzt hast du mich gesehen. Ja. Und Chica ist auch da. Wie soll es auch anders sein? Ich meine, Roxy willst du mal laufen? Was macht der da? Ja, ich weiß auch, dass du da bist, Monty. Warum ist der dort? Ich kann mir das überhaupt nicht erklären, warum der dort ist. Ist das nur bei mir so? Habe ich schon wieder das Spiel verpackt? Ich ziehe diese Bugs aber auch magnetisch an, ey. So, warte mal jetzt. Ich muss mir jetzt mal kurz einen Überblick verschaffen, wer hier wer ist. Äh, wer hier wo ist, meine ich. Wer hier wer ist. Also, dort muss ich hin. Dort drauf. Run, run, run. Warum sollte ich vor dir wegrennen, Monty? Du bist ganz lieber. Ich finde das auch gut, dass du einmal mal lieb bist, tatsächlich. Finde ich super. Finde ich super wirklich, was du für eine Erwachsene... Weißt du, wie du erwachsen geworden bist. Wo ist Chica, Digga? Hä? Wo ist denn die? Und warum sehe ich nur die Map von diesen... Wo rennt denn die rum? Warte mal. Warum habe ich die ganze Zeit dieses Chase-Theme eigentlich? Ich wähle hier die loweren... Oh! Ist das Chica oder ist das Monty? Gefühlt ist gerade Monty von seinem Posten runtergekommen. Warum ist Chica jetzt so laut? Ich glaube, die kesseln mich gerade alle ein. Kann das sein? Oder vielleicht ist sie auch direkt über mir. Ich sehe Chica nicht. Was... Wo zum Teufel ist Chica? Ich finde das so bescheuert, dass hier alle Animatronics sind. In der Sektion. Ich glaube, was man wirklich... Da war ich gerade rot. Das war nicht so gut. Alles klar. So, Roxy. Let's dance. Ja, wenn du jetzt hier reinguckst, dann wirst du mich finden. Tja, Roxy. Dafür musst du hier... Du gehst mir ziemlich auf den Sack, weißt du. Du gehst mir ziemlich auf den Sack. Warum kannst du es nicht selber machen? Warum kannst du es nicht selber machen? Wo zeigst du überhaupt hin? Freddy. Freddy. Ich weiß genau, dass du dich gut bewegen kannst. Deine Hände auch von deinem Bauch wegnehmen kannst. Weil du bist noch aber da. Ja, kein Mensch. Und winken kannst. Ja. Winken. Dann kannst du so ein riesiges Wendblech von der Decke reißen. Ja. Mich dann auffangen. Und dann erstmal einen halben Kilometer durch solche Untergrundtunnel laufen. Freddy. Ich weiß genau, dass du es bis dahob auch noch schaffen würdest. Also mach jetzt deine Bauchklappe auf und lass mich rein. Und dann machen wir das gemeinsam, okay? Ich finde es wirklich absolut amazing, was Freddy für eine Hilfe ist in dieser Sektion. Wirklich. Ich finde es absolut amazing. Absolutely amazing. Jetzt sieht er mich wieder und jetzt spielt wieder die ganze Zeit dieses Theme. Es ist so dämlich. Es spielt jetzt die ganze Zeit dieses Chase-Theme. Ist hier irgendwo eine Save-Station? Kann ich irgendwie Roxy mir vom Hals bekommen? Ich glaube, ich könnte versuchen, diese Distractions hier zu benutzen. Ähm. Nope. 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 Okay. Also. Wait a minute. Wenn ich jetzt retrye. Och, bitte nicht. Och, bitte nicht spielen. Bitte mach das nicht. Wer? 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 Die machen das. Wer? Da werde ich zornig. Da werde ich sauer. Oh, okay. 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 Aber du kannst mir nicht sagen, dass das so gewollt ist, Leute. Also. Das könnt ihr mir nicht sagen. Dass das gewollt ist, könnt ihr mir wirklich nicht sagen. Oh. Pfff. Jo, ne? Entspannt. Chika, ne? Würde ich mal sagen. Ach, jetzt kann ich die Kamera sehen. Ja, danke. Vielen Dank, dass ich jetzt diesen unteren Floor sehen kann. Wirklich, ey. Hilft mir ja jetzt so voll viel, ne? Okay. Okay. Chika geht jetzt dort hinten lang. Heißt. Ich kann jetzt rein theoretisch erstmal hier hoch kommen. Ich würde jetzt auch erstmal... Wo geht Chika lang? Du, der ist die Finger von mir. Ich hasse diese Dinger, ne? Ich hasse sie einfach. Versteck dich. So, Chika, du gehst vorbei. Alter. Warum hat die da gerade so einen illegalen U-Turn gehittet? Nachdem sie auf meinen Kinderwagen zugegangen ist. Geh mal weg, Bro. Verzieh dich mal. Was ist denn mit der auf einmal? Okay. Ich könnte jetzt raus. Ich könnte jetzt versuchen rauszugehen, wenn sie dort lang geht. Wenn sie hier lang geht, dann könnte ich versuchen rauszukommen. Ja. Ja. Okay. Get out. Get out. Wie? Wie hat er mich nicht gesehen? Okay. Ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Puh. Sind die in dem Entronics noch da? Ich glaube ja, ne? Mhm. Ich höre sie hier doch noch. Ich höre sie hier doch rumlaufen. Die alte Roxy. Oh, Monty ist nicht mehr da. Aber... Chica ist jetzt dort unten? Wo ist Roxy? Ist Roxy jetzt hier oben? Oder sind die beide hier unten? Ich muss eine irgendwie nach oben bekommen. Aber dabei riske ich irgendwie, dass ich halt sterbe, ne? Hm. Läuft Monty jetzt dort unten rum? Ah, ja. Monty und Roxy laufen jetzt unten rum. Hm. Und Chica ist jetzt hier, ähm, auf dem Floor. Hier unten. Ich glaube, es wäre supergut, wenn ich jetzt mal einfach auf entspannt dort unten saveen würde. Ah, Moin Gregory. Ich glaube, es wäre supergeil, wenn ich jetzt hier unten saveen könnte. Dort hinten ist die. Heißt, ich könnte versuchen hier... Ja, bitte save. Oh, bitte, ey. Das ist so geil. Oh. Hm. Ja. Das kommt hier natürlich hierher. Ist natürlich jetzt ein bisschen doof so. Bitte, warum machen die das? Warum seid ihr so? Warum... Was ist mit Chica jetzt los? Warum geht die jetzt so in meine Richtung auf einmal? Chill doch mal. No fucking way. No fucking way. No fucking way. Seht ihr das dort hinten auch? Oder bin ich... Bin ich komplett bescheuert jetzt? Das ist nicht euer Ernst. Really? Vanny? Och, Junge. Oh mein Gott. Was zum Teufel? Okay, ciao. Das war's. Das war's. Die guckt hier so safe rein. Die guckt hier so safe rein. Ja, Bro. Es ist so traurig. Es ist so traurig, aber es ist irgendwie auch lustig. Es ist lustig, aber es ist fucking traurig auch. zur selben Zeit. Dieser Gegner an sich ist schon so dämlich, ja? Oh wow. Das hast du gerade schon gesagt. Oh, hi Chica. Warum ist Chica jetzt auch hier unten? Das weiß ich, Chica. Das weiß ich. Ich versuche auch noch zu helfen. Ach, ich dachte ich kann mich da drinnen verstecken. Schmutz. Okay. Wo ist Vanny? Wo ist Vanny? Ich hätte nicht gedacht, dass ich mir irgendwann darüber Sorgen mache, wo Vanny ist. Aber ich glaube gerade ist es soweit. Wo zum Fick ist sie. Sie ist wahrscheinlich über mir oder so. Ups. Das ist Roxy. Nur jede Minute. Roxy, kannst du weggehen? Hm? Nicht in meine Richtung, du. Voll honk. Oh. Oh, diese Sektion ist so räudig, ja? Da hinten bin ich drinnen. Ja, Roxy. Na, dann geh halt da in die Richtung, ne? Also, als ob sie mich hören könnte. Als ob sie mich hört. So lächerlich. Über the movement detected. Das sehe ich auch selber. Don't turn around, please. Monty ist ja auch noch hier. Ich sehe Monty aber gar nicht. Hast du nicht gesehen? Hm, hm. Na, I don't accept. Da bin ich drinnen. Oh, was? Hä? Ähm. Ich glaube, das Spiel ist verpackt. Ich glaube, ernsthaft, ich sage ernst, das Spiel ist doch wirklich wieder verpackt. Was? Was? How? How the fuck? Das macht keinen Sinn. In... Ma... No... 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 Leute, ich kann nicht mehr. Das war's mit der dritten Folge von Five Nights at Freddy's Security Breach. Wenn's euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Würde mich sehr, sehr freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video hoffentlich wieder. Und bis dahin. Ciao, ciao. Servus aus. Bis zum nächsten Mal.